ok wie eben ich habe einen verletzten direkt voraus kann wieder rechts nicht hinter diesen hinter diese riesen box gucken links ist der durchgang offen schräg links gegenüber die türen zu weiß ich nicht ich gehe rechts rum und los waffen fallen lassen waffen fallen lassen und auf den Boden waffen fallen lassen ich werde bestimmt nicht schießen es war reine notwehr einbringteam an tock hier einbringteam und sofort waffen fallen lassen ich bin am ende ich bin am ende warum schreien sie mich an runter oh man vorsicht in dem raum noch zwei weitere verdächtige die person ist gesichert und transportbereit roter warten noch weiter runter alle runter ne die sind vorsicht treppenaufgang weitere person ich glaube wir sind die haben eingefallen die haben eingefallen sie sind überhaut treppenaufgang ist frei ich sichere den treppenaufgang der letzten rechts ist frei TORQ, hier einbringt Team. Verdächtige Person im Gewahrsam. Bereit zu abholen. Die Schatten. Sehen Sie mal aufsetzt. Hände hoch. Runter. Ich sichere den Treppenaufgang so lange. Was? Die Hände hoch. Los doch. Haltet sie auf. Nicht schießen. Ist der hinter mir? Ja. Ihr solltet rechts durch die Tür. Die Tür ist doch da. Wir fahren doch schon durch oder nicht? Nein, ich komme hier nicht in die Gliese. Okay, ich mache oben den Raum zu und sicher dich. Alles klar, ich komme hoch und sicher dich. Moment. Ich habe nicht gelaufen. Mach zu und keine Lust. Erschießen Sie mich nicht. Ich wollte nur die Musik hören. Nicht schießen. Jetzt komme ich nicht in die Gliese. Eindring Team an TORQ. Verdächtige Person gesichert und bereit zur Evaluierung. Marsha. Brambonte. Okay, ich nehme Opti-Star. Moment. Sammeln. Okay, das ist der Disco-Raum. Links ist der Aufgang. Da muss einer hoch. Dann ist links hinten die Tür ist zu. Rechts die Tür ist zu. Das ist glaube ich auch die, die wir verkeilt haben. Polizei! Runter! Ich bin ein Gegner. Allerdings kann ich auch nicht hinter die Säulen gucken. Und links hinter die Balustrade kann ich auch nicht gucken. Können wir nicht von zwei Seiten drauf zugreifen? Meinst du von oben? Ja, beziehungsweise hier. Ja, wo war den Keil rein? Ja, dann bleibt ihr beiden hier. Okay, ich gebe mit Raffi hoch. Nee, dann geh du mit links hinten. Ja. Nein, warte mal. Nicht hoch. Nicht hoch. Links. Okay, nicht links. Ja. Mecky, mach du schon mal eine Granate fertig. Was für eine Hilfe. Scheiße! Was ist das? F***, ich wollte knacken. Tschüss. Warte, dann ist wieder zu. Let's go. Geht es laut? Voll, ey, alles. Warte. Start los. Auf den Boden und Hände hoch. Alle runter. Runter. Das ist ein Albtraum. Auf den Boden und... Einbring Team Anton. Hände hoch. Sofort. Polizei, Hände hoch. Wir haben recht, beide gewinnen. Aus. Roger, nach Hut in Bereitschaft. Auf den Boden und Hände hoch. Tork, hier Einbring Team. Verletzter Officer. Evakuierung vorbereiten. Verstanden. Rentungssanitäter bereit. Was für den Boden ist? Jo. Ja, wir müssen öffnen. Öffnen, Granate rein. Äh, Anastasis, kannst du Granate reinmachen? Warte, ich bereite Granate vor. Die erste Nummer 11. Ich kann mal gucken, ob die Tür verschlossen ist. Tja. Ich habe eine Blettgranate. Ist ja nicht. Naja, wenn man einfach mal dort auch zu offen sind. Wenn sie aufgeht, werde ich eine Granate rein. Wenn sie nicht aufgeht, dann musst du halt erst knacken. Okay. Drei. Zwei. Zwei. Hände hoch. A3. Was im Boden. Kein Gegner hier. Waffe fallen lassen und Hände hoch. Runter auf die Knie. Sofort. Hände hoch. Polizei. Runter auf die Knie. Die Gegner gerade durch. Waffen fallen lassen. Waffen fallen lassen. Hände hoch. Hände hoch. Sofort. Hände hoch. Sofort. Ich seh die Bullen. Waffe fallen lassen. Los da. Polizei. Waffen fallen lassen. Oh Mann. Mein alter Rottingstein. Zwei. Hände hoch. Hände hoch und auf den Boden. Roger. Warten auf die Knie. Polizei. Stopp. Einbringteam an Tòq. Verdächtige Personen in Hand zu stellen und Transport bereit. Roger. Warten auf weitere Meldungen. Waffen fallen lassen. Los da. Wollen Sie mir die Hände abtrennen? Verdächtige Personen gesichert und bereit zur Evakuierung. Waffen fallen lassen. Los da. aufsetzen. Hier sind noch 1, 2, 3 Türen sind hier. Wo ist denn Mackie? Moment, ich ziehe noch eben hier. Hier sind wir. Mackie ist dahinten, Moment. Ich habe hier 2 Gegner, ich brauche Hilfe. Jo. Runter auf die Ki, sofort! Polizei, Waffen fallen lassen! Polizei, Waffen fallen lassen! Polizei, Waffen fallen lassen! Polizei, los, die Hände hoch! Polizei, raus, die Kassen, die sie finden! Zeit im Wahnladen! Das ist nicht meine Chance! Der Fächs hinter der Tür, direkt 4 Fächs! Hände hoch, sofort! Alle runter! Ich bin am Ende, ich habe mir nur die Show angesehen! Es kam zum Kampf, wissen Sie, ein Bruch, bis sofort! Der andere schlug ihn und dann wurden plötzlich Waffen gezückt! Okay, den hoch oder unten bleiben! Erstmal unten bleiben! Okay, der Meinung hat den Zugteil drunter. Juck! Ich habe keinen mehr, scheiße! Moment, ich habe einen! Rechts, Türe offen! Eindringen, Team Untock! Zivilpersonenverletz, Rettungssanitäter informieren! Okay, wir kommen! Hände hoch, sofort! Okay, hier nächste Tür! Ich öffne! Rechnieren! Rechnieren! Clear, soweit! Hier ist eine weitere Tür! Eröffne! Ja, hier waren wir schon! Okay! Dann nach oben! Ich entferne den Türkeil! Okay! Moment, hier ist noch nichts... Sie wissen nicht, was die Dreckskeile gesagt hat! Tock, hier Eindring, Team! Verdächtige Person ist gesichert und transportbereit! Roger! Warten auf weitere Meldungen! Ja, da wo ich den Türkeil runtergemacht habe! Da wo es die Treppe hochgeht? Ja! Eindring, Team Untock! Verdächtige Person gesichert und bereit zur Evakuierung! Roger! Warten auf eure OK! Nein! Erschießen Sie mich nicht! Bist du da? Ich bin an der Treppe, wo oben der Türkeil ist! Nee! Nein! Okay, dann muss der andere Aufmerksamkeit entscheiden! Da in den Partyraum rein! Okay, dann kann man das! Okay, 3, 2, 1! Ihr wisst, dass ihr mit linker Umschalt auf langsam gehen wechseln könnt, oder? Ja! Das ist ja auch! Im Moment, sonst könnt ihr mal nachladen, merke ich! Soll ich eine Granate bereiben? Okay! 3, 2, 1! Polizei! Los, die Hände hoch! Alle runter! Er hat ne Waffe! Polizei! Los, die Hände hoch! Alle runter! Polizei! Ich will die Hände sehen! Hände hoch! Sofort! Die Hände hoch! Los doch! Dank für ihn! Schatten Sie mich! Polizei! Waffen fallen lassen! Alle runter! Lauf! Hände hoch! Sofort! Polizei! Waffen fallen lassen! Ich wollte nur die Show sehen! Auf den Boden und Hände hoch! Los! Polizei! Los, die Hände hoch! Runter! Runter! Runter auf die Knie! Sofort! Runter! Lärmgesellschaft! Waffe fallen lassen! Runter! Waffen fallen lassen! Die haben angefangen! Wir verteidigen uns nur! Runter! Hände hoch! Auf den Boden und Hände hoch! Hände hoch! Runter! Die Hände hoch! Los doch! Lärmgesellschaft! Mist! Was ist das? Wir haben hier eine Hände! Polizei! Ich will die Hände sehen! Torque! Die Eindringteam! Verdächtige Person ist gesichert und hat... Schleppst du mal! Die Eindringteam! Torque! Hallo! Los! Ab zur Nachbesprechung! Runter! Polizei! Sofort runter! Jetzt ist mein Arm gebrochen! Also ich bin jetzt verletzt! Hör auf damit! Ja! Ja! Meiner ist auch gut! Pferde! Hör auf! Untertitelung des ZDF für funk, 2017